Die Grillbranche wird sehr stark natürlich mit das Grillen, hauptsächlich Fleisch verbunden. Auch Napoleon versucht, mit dem, was wir grillen und wie wir grillen, verantwortlich umzugehen. Gucken, dass wir gute Produkte verwenden, Bioprodukte verwenden, auch vegetarisch grillen. Und nicht nur das Thema Fleisch und wenn Fleisch, dann gutes Fleisch. Und auf die andere Seite gucken wir auch nach Energiequellen, die wir verwenden. Gas ist eine sehr saubere Verbrennung, wenn man es vergleicht zu anderen Energiequellen. Wir verkaufen einiges an Gasgrills und auch da wird Forschung gemacht, was die Zukunft uns bieten könnte als alternative Energiequellen. Ich glaube und ich besuche einige Grillfachmessen weltweit, dass der Spurga Gaffa der größte Grillmesse ist, die in unserer Branche da ist. Ob man in den USA oder in Asien kommt, die größte Messe mit der größten Grillabteilung ist einfach der Spurga hier in Köln. Deswegen kommen wir auch schon 15 Jahre hier und finden nicht nur für Deutschland, aber auch europaweit, aber auch mondial neue Spieler, die Partner von Napoleon werden können. Und wir werden uns nicht mehr machen, aber wir können nur für Deutschland, die größte Messe mit der Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen. Und wir werden uns nicht mehr genauer sehen, wie wir uns nicht mehr auf einigen. Das ist die Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen des Schmerzen des Schmerzen des Schmerzen des Schmerzen des Schmerzen. Vielen Dank.